es ist klar ich wollte schon wieder sagen da ich höre schon wieder irgendwas was mir überhaupt nicht gefällt blöde mietze katze nein ja stimmt aber nur bis zu gewissen teilen so mietze katze komme ja sollte vielleicht mal eben außerdem ist es halt glaube ich nicht dass sich das großartig lohnt so ein reittier zu holen weil du halt auch was ist denn jetzt weg da bist du komm mal her schätze nein kommt er hier doch doch kannst du so wie jetzt böse mietze katze au ok tschüss scheiß mietze katze hier alter wie schnell ist die denn aua lauf ok wir merken uns mietze katze erschwächen und dann einmal drauf hauen meine müde so wo ist die kleine drecks katze da hinten von mir aus kommt auch hier hin ist mir auch egal das wäre jetzt beinah knapp gewesen da ist deine schwäche na kriegst du schluck auf ja von mir aus kommen auch hier hin ja von mir aus ja von mir aus ja von mir aus Du Kackvieh! Komm her jetzt hier! Hoch! Das hört sich an, als wenn er so ein bisschen Schlucks aufhätte. Na, kommt es nochmal hier hin? Vielleicht sollte ich nicht unbedingt da hin. Du sollst einen stillen Schlag machen! Oh, tschüss! Lauf, 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 lauf! Ja! Ja, ja, lass, lass ruhig kommen! Kommst du nochmal? Ich würd mal sagen, das war's jetzt! Hihi! So, ich glaub, ganz so blöde stelle ich mich nicht mehr an. So, ja gut, ich geb's zu. Beim ersten Mal bin ich draufgegangen. Da wusste ich das aber doch nicht. Das nehm ich lieber mit. So, nochmal. Manitieren. Ich brauche Manitieren und Haiflänzchen. Huch! Was ist das? Das ist ein Wächter, der zerstört ist. Oh. So, jetzt will ich aber erstmal hier, muss ich meine, meine Eberchen. So, wie viele? Vier Stück. Ach. Da ist ein Hase. Das sind alles Häschen. Habe ich mir die jetzt alle vergrault? Die ganzen Eber hier. Weil ich muss ja einmal hier hin und da hin. Da liegt die Miezekatze. Nimm das mal mit. Ah, da hinten sind sie. Da sind sie. Ich hab sie. Wobei, die könnte ich doch bestimmt auch mit so einem stillen Schlag erlegen, oder? probiere ich mal aus. Na. Oder auch nicht. da ist dann noch einer. Ja, ja. So, wer, der hat jetzt keine Haut dabei. So, den Rest brauche ich eigentlich nicht. So, zwei habe ich schon mal. Äh. Okay. Okay. Hi. Haben wir da hinten noch irgendwo? Welche? Ah, der ist mir doch sympathischer. Der da hinten rumrennt. Der ist mir doch ein bisschen, äh, sympathischer. So, wo bist du denn? So, da hinten sind dann auch schon wieder jetzt so die paar Viecher. Viecher. So. Ich will nur das. Und dann rennt da noch einer rum. Ich hab grad beim Schießen die Luft angehalten. So. Und einmal das. Das haben wir. Ach, mit Wächtern und... Och, Gott. Ähm. Wo muss ich denn da hin? Ich müsste... da so hin. Und das möglichst ohne gesehen zu werden. Äh. Ich mach noch mal eben ein paar Pfeile nach. Man kann nie genug haben. Ich sag's euch. Genauso wie man nie genug Pflanzen haben kann. Hm. Hm. Dann huschen wir jetzt mal rüber. Sag mal, läuft bei euch das Internet im Moment auch so... so schlecht? Also bei uns läuft es so ein bisschen Ruckart. Also was heißt Ruckart? Ist so ein bisschen ruckelig schon. Ähm. Ich weiß nicht, ob Vodafone wieder irgendwelche... Probleme oder so hat. Da ist schon wieder ein Wächter. Äh. Wobei, wenn ich die alle... Äh. Na. Wir gucken erst mal, ob wir den Ring finden. Ach, da oben. Jetzt really? Okay, wir schleichen uns jetzt mal hier so ein bisschen lang. So. Ja, ja, bleibt da schön. Nicht umdrehen. Nicht umdrehen. Ich könnte da ja... Was? Was? Was hast du gerade gesehen, was ich nicht gesehen habe? Ja. Keine Ahnung, was sie da gesehen hat. Okay, der überlegt dann noch, ob er da weiter, äh... Ausschau halten soll. So, wir müssen... Oh, oh. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich nicht gesehen. Geh weg. Geh weg, geh weg, geh weg. Ich bin gar nicht da. Nein, nein, nein. Was ist das? Ach, du bist... Ich komm hier raus. Ich komm hier raus. Wo kam der denn jetzt her? Und ich dachte, mich hätte von den Viechern einer gesehen. Komme ich da irgendwie hoch? Wir versuchen es mal auf die Känguru-Methode. Ui, ui, ui. Ui. So. Bisschen komm... Das werde ich vielleicht noch bereuen. Ach, Quatsch. Auf geht's. So. Ähm. Warum ist es denn... Warum ist es denn... Ach so. Hä. Äh. Ja, es ist ja gut. Ich laufe in die falsche Richtung. Äh. Grimmel, grimmel, grimmel. Ah, los. Geh mal jetzt. Also, ich muss... Da so hin. Da, da so hin so. Meine Güte. Das ist ein Kaninchen. Ich hab den nicht gesehen eben. Oh, oh. Ich habe den echt nicht gesehen eben. So. Na, komm mal hier, kleiner. Na? Tut mir leid, dass ich dir den Spaß verderben muss. So. Kommst du jetzt mal bitte hierhin? Ah, es ist so schön, weil die auch fast aufs Wort geräuschen. Nur fast. Ich sag, du sollst hierhin kommen. Er will nicht. Los. Ja, komm. Neun Stück, neun Stück, neun Stück. Und tschüss. Da muss ich hin. So, dich nehme ich aber erstmal so ein bisschen mit auseinander. So. Heipflänzchen. Hm. Ob mein Fokus hier etwas findet? Ja, ja, der findet schon was. Hm. Äh. Ach, ich muss da hoch? Hä? Wo muss ich denn jetzt hin? Ach da. So, ich bin da mal weg. Ich bin da mal wieder weg. Ich wollte gerade sagen, wie hier ist die neue Mieze-Katze. Ich hab die doch umgebracht. Ich hab diese Mieze-Katze noch umgebracht. Schnee. 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 Der prickelt so auf der Haut. Ach. Hoffentlich war die Jagd gut. Ich habe die Eber heute. Und dein Glücksring, Time. Ja. Oh, Mutter sei Dank. Und dir natürlich. Wo hat der gesteckt? Im Schlund eines Ebers. Für den Eber war es kein Glück. Ich frage ihn ab jetzt vielleicht lieber um den Hals. Ja, selbst um den Hals kannst du verlieren. Naja, gut.